Für eine moderne Trinkwasseranlage ist eine intelligente Lösung gefragt. Für die Erneuerung der Wasserversorgung in FISP konnte Endres & Hauser mit seiner technisch-wirtschaftlich optimalen Konzeption für die Umsetzung der Automatisierungslösung das Vertrauen der Kunden gewinnen. Ihre Anforderungen und Wünsche sind uns wichtig. Mit unserem standardisierten Projektablauf und einer direkten Kommunikation sorgen wir für eine reibungslose Planung und Umsetzung Ihres Automatisierungsprojektes. Wir begleiten Sie während der gesamten Projektlaufzeit, angefangen bei der Planung, über Montage, Inbetriebnahme bis hin zur Abnahme Ihrer Anlage. Hard- und Steuerungssoftware inklusive Visualisierung werden von einem erfahrenen und kompetenten Projektteam gemäß Ihren Bedürfnissen umgesetzt. Technisch und menschlich immer auf Augenhöhe. Alles aus einer Hand. So stellen wir höchste Technologiestandards sicher und können Projekterweiterungen und Anpassungen schnell und kompetent umsetzen. Der krönende Abschluss ist die Abnahme der Anlage. Eine strukturierte Herangehensweise und partnerschaftliche Zusammenarbeit sorgen so für zufriedene Kunden. Reibungslos realisiert von Endres und Hauser.